Geoló, Asere! Geoló, Miente! Ausgedacht mit dem besten, euer Boy, Erma Kubanito. Er ist mal wieder zurück am Start. Und ja, Miente, ihr könnt es sehen, Yusuf und Kenan sind am Start. Jungs, alles klar bei euch? Ja, selber. Muss, muss. Auf jeden Fall, Leute, vor, glaube ich, zwei Jahren oder so, war es her, dass wir das Video gedreht haben. Vor, glaube ich, zweieinhalb, glaube ich. Zweieinhalb. Ja, auf jeden Fall, Leute, wir reagieren heute auf das legendäre Video, auch meist geklickt auf meinen Kanal, mit 1,4 Millionen. Na klar. Na klar. Ich würde sagen, wir reagieren jetzt darauf. Auf drei, zwei, drei. Tschüüü, boah, seid fein. Ich muss auch sagen, ich habe dich dazu animiert, Gott. Ich habe dich dazu animiert. Ey, Gott. Boah, da war vor, halt, dieses eine, äh, es war so... Ja, das war richtig, ey. Du warst gedacht, meine Besten, euer Boy, Erma Kubanito ist, und ich habe gesagt, Weltabstattung. Sagst du, oder? Hier ist ja rein. Aber hast du, aber hast du diese Harttransplantation gemacht, oder was war das, ja? Boah, ich habe die gemacht, aber ohne Witz, die haben irgendwas, die haben irgendwas verkackt da. Aber es war dann in der Zeit mehr. Ja, das war in der Zeit, ja. Aber vorne ist besser geworden, aber hinten, ich muss noch mal vorbeigenehmen. Weißt du warum? Weil dort, wo du gemacht hast, ist wahrscheinlich besser geworden, und dann bei dem anderen, wo du nicht gemacht hast, ist dann schlechter geworden. Ja, alles klar. Ja, alles klar. Ja, ich war so. 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 Hallo, die Stimme ist auch ganz anders geworden. Am 2.2.2004. Und du bleibst zusammen. Ja. Ich finde, Kenna hat... Ja, dieses Turnierliga, das war auf jeden Fall... Gegen wen war das? Das war unser einziger Sieg, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das war gegen so eine Dorf, Alter. Ja, das war gegen so eine Dorf, Alter. Ja, das war einer der ersten Clips, wo ich von dir gesehen habe. Ja, genau. Du hast mir damals gestimmt. Ja, genau, genau. Das war gegen Dari. Ach du Scheiße. Okay, okay, okay. Guck hinten. Wir richten noch Sachen und so. Bitte schau meinen Körper an. Okay, okay. Ist noch so klein, ja. Wie alt warst du da? Zwölf? Zwölf und eine halbe. Das ist schon 30 Wochen. Ich will dich einfach wegtragen, Bruder. Seit wann spüren? Jetzt trägst du mich weg, Alter. Seit sechs Jahren. Seit sechs Jahren. Okay, und du? Das ist mein siebtes Jahr. Siebtes Jahr? Ja. Okay. Und erzähl mal ein bisschen. Da muss schon richtig krasses Gefühl sein, oder? Also mit den Bayern-Wappen auf der Brust. Du bist immer nervös und so. Ob sie nervös und so. Ob sie nervös und so. Ob sie nervös und so. Ihr wart schon ein bisschen nervös, oder? Ich glaub bei dir ein bisschen weniger. Ein bisschen, aber das war halt dieses eine. Aber sonst. Bei dir glaub ich mehr, Kran. Ich war schon gefühlten Mann. Ich war noch im Baby, Mann. Ich weiß auch deine Schüsse. Leute, ganz kurz. Wir mussten, glaub ich... Wir mussten auf jeden Fall einiges rausschneiden. Aber... Leute, mit dem Alter kann man... Kann man auf jeden Fall... Kann man nicht sagen. Ich muss nicht nach oben gehen. Was sagst du, Kran? Ach du... Ich trainier halt auch jeden Tag. Und mehr Konkurrenzen. Boah, dein Körper. Und du hast viel verändert. Jetzt sind wir gleich groß, oder? Ja. Nein, nein. Es ist größer. Nicht? Ja. Okay. Luka Modric. Ja? Okay. Wadid, Youssef? Ja, Bernardo. Ist ja Bernardo immer noch Bernardo? Ja, ja. Ganz klar. Oder ich bin Feindseitag eins. Ich meinte, diese Messi. Ich will mal sehen, was ihr in der Lockheye habt. Ich will mal sehen, was hier so drauf ist. Hm, da hat keiner was dran gemacht, weiß ich nicht mehr. Wei, wei. Boah, ich hab... Ich hab mit dir nicht mehr eingekriegt, gell. Ich muss sagen... Kenan hat mich unnormal überrascht. Weil ich hab schon mit ein paar Talenten gedreht, aber ich dachte nicht, dass du so da austickst. Boah, das Ding ist... Also, ich kenn ja Kenan schon sehr lange, und der hat sowas immer gekonnt. Aber... Oh, ich glaub, den einen Trick hast du das erste Mal geschafft, ne? Ich hab den noch nie davor gemacht. Echt? Ja, genau. Noch nie. Den da. Den. Susani oder wie der heißt. Boah, ich hab mich so gefreut, gell. Wie klein du einfach warst, Digga. Boah, ich war immer ein leichtes Gewicht. Einfach Kamera abgeschossen, Digga. Aber bitte schau sein Gesicht ab. Aber sein Blick hat mich getötet, Bro. Nicht, dass er verkackt ist, sondern sein Blick. Aber man muss schon sagen, ich hatte schon immer einen freshen Hacker. Du musst nicht. Was war eigentlich dieser Strichbrille? Autobahn oder was? Autobahn, Augsburg. Ich hab den immer. Eigentlich hab ich den auch immer dran, aber sonst hab ich den immer gehabt. Jungs, ich will noch nicht spoilern, aber ihr wisst ja noch am Schluss, wo Yusuf seine Freunde gegrüßt hat. Wo dann Ausernhabi gegrüßt hat, Bro. Ausernhabi. Wir sehen das schon. Aber irgendwo hast du doch den, oder hat Yusuf den Kameran gepackt? Nein, 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 nein. Jetzt, ja. Jetzt, ja. Ich sag, er ist auch heute wieder in der Kameran. Wo kommt das? Jetzt, 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 jetzt. Oh mein Gott. Dein Kameran. Ich weiß nicht, ob er lustig ist. Wie haben wir das gesehen auf der Kameran? Der war doch ohne Basen, ne? Der war doch ohne Basen. Ich sag, du weißt ja auf Instagram, Yusuf, ne? Du zeigst lieber auf Fortnite. Ja? Ja, Fortnite, Fortnite. Und du weißt ja, die Fortnite-Tänze. Der war wirklich im Hype. Der war unnormal im Hype. Der war unnormal im Hype. Zeig doch mal, Fortnite-Tanz. Dein liebes Fortnite-Tanz. Boah, ich kann mich selbst nicht mehr mehr an. Das war so peinlich. Schauen, was ich jetzt gemacht habe. Zockst du selber Fortnite? Nicht so wirklich. Ich muss das auch auf mich nehmen, ne? Ich hab die Jungs dazu angemiert. Ja, boah, geht schon. Ach du Scheiße. Ey, 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 ey. Mach mal, komm. Ich glaub, er hat voll den Hate bekommen wegen dem Tanz. In den Kommentaren könnte er voll den Hate bekommen. Stimmt, ja. Guck mal, wie du guckst, Bruder. Schau das aus. Obwohl es ernst ist, ich habe das Spiel. Möchte, Möchte. Kenn das? Guck, der hat mich nicht wohin. Bruder, ich hör nichts mehr. Verklage mir nicht. Oh, oh, Freischuss, Freischuss. Oh, oh. Ui. Das war klar. Der hat richtig sehr ein Schuss, Bruder. Nein, Bro. Bei mir. Natürlich, das war klar. Bei mir haben wir nicht so viel gemacht, weil ich war so, Bro. Bei dir warst du der Fünfte, Bruder. Aber trotzdem. Bro, du warst an dem Tag auch nicht so glatt, gell? Ich hatte so ganz, ganz komische Schuhe an, Digga. Die waren mir aber zwei groß. Du, der Zoll, der Zoll wäre. Aber du hast gute Schüsse daraus gehabt. Digga, Leo einfach ein Tor, Digga. Bro, wie du dein Kurs gelöst hast, Bro. Schau, 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 schau. Der war echt krass. Der war gut, Bruder. Der war stark. Da muss man das machen, Leute. Ist das echt so. Ach, Alter. Was geschah zum Kennan? Mein Gott, Mann. Der kann nur sein... Er war dein Cousin, oder? Ja, ja. Also nicht Blut, aber... Also diese Gefäckte von Busch. Von Alex. Kennan war so aufgeregt. Das siehst du so in seinem Gesicht. Er war schon viel größer als Kennan, oder? Ja, ja. Der war krass. Ja, okay, Busch. Aber, Bro, heutzutage hauen wir bei jedem Schuss so einen raus. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, ja. Aber das war auch beim ersten Versuch, gell? Ja, der war wirklich schwer. Wissen wir noch, wo Blitz gekommen ist? Weißt du, was ich in den Kommentaren gelesen hab? Was hast du in den Kommentaren gelesen hab? Was hast du gelesen? Da stand... Zählt mal, wie oft die sich die abgeben. Da war Corona nicht. Bro, da habe ich viele Versuche gebraucht, muss ich ehrlich sagen. Aber bei denen war ich echt... Bro, heute genauso, wo wir gedreht haben. Aber Flangen war noch nicht gut. Ja, kann passieren, Digga. Ich will dich besser machen, ja. Ja, wie süß. Das war geil, Bro. Ja, das war so so. Ja, kann man aber machen, oder? Sms Reding? Okay, tanito. Bro, bitte sag mir, wie klein und schmalig bin. Bro, du reichst die ganzeigungss deline Kopfe raus. Die Bewegung, weißt du? Tschüss! Aber warte bitte danach, was jetzt kommt, wo Yusuf meine Kamera rausgibt. Du könntest aber stark, der war wirklich stark. Du kennst das Video absolut auswendig, ne? Ja, Bro. Danach, schau jetzt. Der ist aber wirklich stark. Ich hab heute zehn davon gemacht. Bro, noch machen wir das stark, für euer Alter damals. Was ging jetzt ab? Trag dich dann mal kurz. Ciao, ciao, ciao. Hey Leute, hey Leute. Ich fange jetzt auf Uba Nito. Bro, die kann man machen. Wie macht der denn? Aber deine Brustannahme war echt krass, gell. Deine Brustannahme war krass. So schlecht wie der ist, mach der da drüber. Kann man auch mal machen, ne? Bro, Crossbar-Challenge. Oh mein Gott. Ich weiß doch, wo du zu uns gesagt hast, lach mal ein bisschen und so. Ja, 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 ja. Er hat das auch zum ersten Mal gemacht. Er hat das was ja vor gut gemacht für sich. Wollt ihr noch jemanden grüßen? Ja. Meine Klasse, meine Eltern und ganz herzlich Puseni, Gumbia. Der spielt gut Fußball, ist Ball 60. Spiel gut Fußball. Okay. Also ich grüße Attila, Haris, Oma, Dino, Pides. Direkt ganze Nachbarschaft. Mein Sportlehrer Herr Lama, weil er das unbedingt wollte. Und ich grüße also meinen besten Bruder Osanabe. Okay, Osanabe. Grüße gehen raus. Kann ich jemanden grüßen? Ich grüße meine Freundin. Ich grüße meine Freundin. Ich grüße meine Freundin. Das waren einfach Leute, die die Auge gemacht haben. Ja, ja, ja. Die gibt's immer noch? 1,4 Millionen, Bruder. 1,4 Millionen. Hab ne Kuchen. Dort wohnt mein Cousin, er kennt Jesus noch. Diese Cousins von Cousins, kennst du? Die übersagen, ja, ja. Dabei war jetzt gar nicht mein Cousin. Da. Hat jemand mitgezählt, wieviel man die sich abgeklatscht haben? Bei dem muss das Video, wie heißt er? King Julien. I bought you. Nein, warum soll ich? Ich hab das Ding gemacht. Ja, okay. Mette, ich würde auf jeden Fall sagen, das war's für eine Reaction. Ja, man, auf jeden Fall nice. Auch die Entwicklung vor euch zu sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wann ihr euer Profi-Debüt gebt. Ciao, bald. Ja, man. Gibt's Ihnen noch irgendwas, was ihr sagen wollt? Ja, hoffentlich sehen wir uns bald wieder, ne? Wir brauchen mit auf dem Platz. Ja, man. Wir sehen uns. Check die zwei Jungs ab. Bis.